Guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Kalenderwoche 32 und dem Rückblick auf die Kalenderwoche 31. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Heute ein bisschen gestaucht, damit wir einen größeren Überblick haben. Das, was sofort ins Auge stößt, weil blau markiert, sind diese vier verrückten Tage. Vier Schlusskurse in einer 16-Punkte-Range und das war ungewöhnlich. Also da muss man lange suchen. Ich habe mal ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Das gab es dann schon mal, dass irgendwie so in einem engen Rahmen zwei, vielleicht auch mal drei Tage in einer so engen Range geschlossen haben. Das hier ist, zumindest soweit ich zurückschauen kann, einmalig. Damit war aber auch klar, dass in diesem Bereich 822 bzw. hoch 838, 12838 zum Tief 12822, dass das irgendwie eine Entscheidungszone ist. Das ist ja nicht umsonst passiert, dass der DAX in einem 16-Punkte-Rahmen sich vier Tage in den Schluss begibt. Und insofern gab es dann hier auch die Antwort darauf am Donnerstag mit 442 Punkten Minus. Ja, der Schlusskurs der Woche bei 12.313 und damit ist der gesamte Juli, oder zum Ende des Juli wurde der gesamte Juli ausradiert. Denn der Schlusskurs am 30. Juni war 12.310. Das heißt, diese ganze Kiste hat sich einmal schnell nach unten aufgelöst. Ja, wie es weitergeht oder weitergehen kann, ich bin ja kein Prophet, das sage ich immer wieder, das schauen wir uns gleich noch an. Der Pivotpunkt am Montag bei 12.383, der der kommenden Woche bei 12.501 und weide uns ab Montag, zumindest mal im Handel, der August beglückt, dessen Pivotpunkt liegt bei 12.574. Ansonsten haben wir in dieser Woche ein Minus von 524 Punkten eingefahren und wir sehen auch schon die Differenz zum Vormonat plus 2,4 Punkte. Was ist da nun passiert? Wir schauen mal in den 5-Minuten-Chart hinein und hier beginnt der Montag, das haben wir ja am letzten Freitag noch gesehen mit dem Gapdown, was von Donnerstag auf Freitag lief. Und hier sehen wir eben auch diese elendig lange Seitwärtsrange, die eben dazu führte, dass wir an vier aufeinanderfolgenden Tagen eng beieinander liegende Schlusskurse hatten. Wir haben verhältnismäßig frühzeitig dieses symmetrische Dreieck entdeckt und haben einfach mal die 100% Höhe nach oben und nach unten abgetragen am vermuteten Ausbruchspunkt. Der lag zwar ein paar Punkte daneben, aber passte ansonsten, wäre das Ding nach oben ausgebrochen, hätten wir ein Ziel bei 13.014 gehabt, wäre es nach unten ausgebrochen. Was es dann ja auch tat, war das erste Ziel 12.640, die wurden sehr zügig erreicht und auch einige andere Ziele. Denn wenn wir uns den weiteren Verlauf anschauen, dann sehen wir hier den bärischen Butterfly mit seinem Ziel 1 in den letzten 2 oder 3 Wochen, weiß ich nicht, gezeigt. Wir haben ab Montag, das können die Zuschauer, die nicht im Blog sind, nicht wissen, auch eine SKS-Formation auf der Uhr gehabt, deren statistisches Ziel wurde hier bei 12.553 angelaufen. Klare Sache war, dass die 76.4 Erholung seit tief 8.255 bei 12.488 uns beglücken würde. Da haben wir hier am Donnerstag einen sehr punktgenauen Aufsetzer gemacht, haben in dieser Zone etwas gearbeitet, sind nach unten und long story short, wir haben hier viele Ziele abgearbeitet. Hier auch das SKS-Ziel, das 100% Ziel bei 12.306 und haben uns dann hier mit Gap Close vom 1. Juli bei 12.260 einen Boden gesucht oder einen temporären Boden. Das müssen wir mal schauen. Ja, viel mehr gibt es zum M5 nicht zu sagen und deswegen gehe ich jetzt mal so ein bisschen in Medias Ries mit euch. Ja, beginnen wir mal mit dem Stundenchart H4 aus dem letzten Ausblick. Da hatte ich hier in der KW 31, also letzten Freitag, diese Wolfowave gezeigt, die schon einige Wochen in Arbeit war und immer wieder gezeigt wurde. Und ja, ich hatte ja am letzten Freitag gesagt, das ist hier bedeutend, dieses große Gap Down unter die obere Trendlinie. Dann hat es hier nochmal im Grunde eine volle Ausdehnung gegeben zwischen den beiden Trendlinien und der Freitag endete knapp darunter. Und wir hatten ja diese Ziellinie auf der Uhr, wir hatten die 200 SMA und die Aussage war eben, sofern das Ding unter die untere Trendlinie, diese großen X-Wolf-Wave aus dem Tageschart geht, diese Corona-Wave möchte man sie fast nennen, dann steht auch ein Test der unteren Kanal-Trendlinie an. Und da hatte ich ja immer wieder gesagt, dass dieser Kanal, der seit tief 8.255 läuft, irgendwann getestet wird, weil er eine Steigungsrate von 242 Punkten hat und das einfach nicht durchzuhalten ist auf Dauer, denn dann würde DAX irgendwie 10.000 Punkte im Jahr steigen müssen. Das traue ich ihm unter den gegebenen Umständen nicht zu. Ja, gucken wir in den H4 hinein aktuell, dann hat das richtig gut geklappt. Wir sind hier am letzten Freitag, haben wir die Nase drunter gesteckt und dann kamen diese vier Schlusskurse, die im Grunde auf einer oder fast auf einer Höhe lagen. Und ja, da kann mir einer erzählen, was er will. Die Algorithmen wissen mittlerweile, was Wolf-Waves sind, denn das ist doch schon schräge nicht. Am Apex-Punkt hier am Dienstag der Woche, da hat er noch einmal rübergezuckt, hat hier oben sehr genau auf diese Ex-Wolf-Wave-Trendlinie, die obere, angesetzt und dann ging es abwärts und zwar direkt runter auf die Kanalunterseite. Und das Tagestief am letzten Dienstag war 12.746 und genau dort verlief auch die untere Kanal-Trendlinie. Ja, und dann sehen wir, was hier der Dienstag und der Mittwoch machte. Da haben wir am Mittwoch nochmal mit dem Doji geschlossen und dann ging es abwärts. Die Frage, die sich jetzt eben einfach stellt, stellte sich auch schon am Freitag, ist eben einfach, wird die Ziellinie dieser Wolf-Wave noch erreicht und möglicherweise dann auch die 200 SMA getestet oder erreicht es den DAX? Schön wäre es natürlich, wenn diese letzten paar Pünktchen, so viele sind es ja nicht, die 200 SMA bei 12.191 und die Ziellinie der Wolf-Wave am Montag bei 12.159. Also das ist eigentlich nur noch ein Katzensprung, aber wir haben ja gesehen, was in den letzten beiden Handelsstunden USA am Freitag getrieben wurde. Da war wilde Sau angesagt, ab 20 Uhr haben dann, ja, wer auch immer, ob es das PPT-Team war oder irgendwelche Leute, die zum Monatswechsel meinten, sie müssen jetzt mal schnell kaufen. Auf jeden Fall, da ging es deutlich nach oben. Und ob das jetzt eine Eintagsfliege war, eine Rettungsaktion, die am Montag abverkauft wird oder nicht, das weiß ich nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir hier unten im DAX eine mögliche Zielzone, sofern es eben nicht Standepede wieder nach oben geht. Ja, im H2 sieht man doch mal diesen Kanal, den ich ja oft gezeigt habe, hier im Stundenchart. H2, der Kanal steigt seit Jahres tief 8.255 mit 242 Punkten je Kalenderwoche an. Und das wären 968 Punkte monatlich oder 11.000, also nicht 10.000, wie ich eben aus der Erinnerung zitierte, 11.616 Punkte jährlich. Ja, und wenn wir da mal ein bisschen einzoomen und schauen uns mal an, was der hier veranstaltet hat seit Dienstagstief auf dieser Kanalunteren Trendlinie, da hat er sich also wirklich über viele Stunden dahin gearbeitet, ja, und dann war irgendwann die Luft aus dem DAX heraus. Und dann gab es auf den Kopf. Ja, mehr kann man da im Grunde auch nicht zu sagen, außer dass wir vielleicht nochmal in den 15-Minuten-Chart hineinschauen. Denn das hier ist der Montag, oder besser gesagt der Ausblick vom Montagabend für den Dienstag, für den 28. Juli. Und da hatten wir im Blog bereits eine mögliche Figur auf dem Plan. Nämlich eine mögliche SKS-Formation mit Nackenlinie 12.810 und bärischen Zielen bei 12.553 und 12.306. Und ich habe da noch geschrieben, sofern die Bullen das verhindern, kann sich aus der rechten Schulter ein fallendes bullisches Dreieck entwickeln. Das hätte also auch nach oben ausbrechen können. Aber trotzdem ist die mögliche SKS erst mit einem Hoch oberhalb 3314 vom Tisch, denn eine rechte Schulter darf durchaus noch höher ausfallen, aber nicht höher als der Kopf der Formation. Das ist ja Basic Rules. Wir haben hier eine Schulter, wir haben einen Kopf, natürlich durch Gap abgetrennt. Das ist die bärische Insel gewesen. Und dann hier dieses Herumschlawinen. Ja, und Ziel wäre gewesen, Gap Close 12.697 und hier, wie gesagt, am Montagabend schon die Ziele dieser SKS im Chart. Und dann schauen wir uns diesen 15-Minuten-Chart mal an, was daraus wurde. Und dann sehen wir nach ein bisschen geplänkelt, das hier ist übrigens, um das nochmal zu verdeutlichen, das ist diese untere Kanal-Trendlinie aus dem Stundenschart H2 und H4, die wir uns eben angesehen haben. Und dann gab es Abriss. Ja, das statistische Ziel wurde, ich ziehe es mal auf, um 10.30 Uhr am Donnerstag erreicht. Dann gab es nochmal einen Versuch, so nach dem Motto, das könnte ja reichen. Das reichte aber nicht, denn um 11.30 Uhr wurde das nach unten abgewiesen. Und hier haben wir dann um 15.45 Uhr am Donnerstag Zieleinlauf gehabt, 100% Ziel. Auf dem Weg dorthin haben wir hier auch das offene Gap vom 14. Juli geschlossen. Ja, also insofern, diese Figur hat ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Und nun müssen wir mal schauen, ob das eben reicht oder nicht. Denn wir haben ja zur Unterseite, wie wir eben gesehen haben, noch die mögliche Wolf-Wave-Ziellinie und die 200 SMA am Wickel. Ja. Ja, in den letzten beiden Wochen gezeigt auch dieser bärische Butterfly. Der wurde uns ja im Cockpit gemeldet, im Premium-Block. Und hier war der Startpunkt A, B, C, D. Das heißt, bei 13.000 oder zwischen 13.025 und 13.294 lag die Short-Zone. Die wurde mit hoch 13.314 marginal und auch nur kurz überschritten. Das erste Ziel, so sagte ich im vorletzten und letzten Ausblick, 12.616 und das Bonus-Ziel im Bereich 11.957. Auch das schauen wir uns dann an. Die 12.616 ist abgearbeitet und somit diese etwas geweitete Zielzone betreten. Das ist dann hälftig abgearbeitet oder sogar über die Hälfte. Und da müssen wir schauen, ob die 11.957 noch auf den Zettel kommt oder nicht. Das ist ja von der 200 SMA 12.191 und der Ziellinie der Wolf-Wave 12.159 nicht so weit entfernt. Kann also noch passieren, muss aber nicht. Ja, was haben wir noch? Wir gucken nochmal, weil ich das ja auch zitiert habe, die alte Wolf-Wave an. Die abgearbeitete, aber ich habe ja vielfach, ich glaube in den letzten 4, 5, 6 Ausblicken gesagt, diese beiden Trendlinien, die untere und die obere, diese abgelaufenen Wolf-Wave spielen eine Rolle. DAX versucht drüber zu kommen, schafft es aber nicht. Da will ich mich jetzt nicht wiederholen und alle Kerzen hier erläutern. Das, was wichtig war, wir haben hier oben drei Tageskerzen, die mit einem Gap Up von dieser Kerze abgetrennt waren und mit einem Gap Down an dem Freitag, der eben hier genau an der oberen Trendlinie dieses Keils ansetzte, abgetrennt. Und insofern war zumindest mal eine bärische Fortsetzung zu erwarten. Ja, das haben wir hier dann, das Resultat. Also diese Wolf-Wave, ich ziehe sie nochmal kurz auf, die ist abgearbeitet, nicht? Wir haben hier den Corona-Schock gehabt und entweder war es dann eben Corona oder die Wolf-Wave oder einfach eine willkommene Gelegenheit, mal die Kurse ein bisschen zu schütteln und das Portemonnaie der Zentralbanken zu öffnen, wie auch immer. Wir sind nun auf jeden Fall deutlich unter diesen Keil gefallen und damit sind diese Auflagepunkte, die wir haben und dieses überschießende Drei-Tages-Trio, das hat sich zunächst erledigt. Bedeutet aus dieser Sicht, wenn wir weiterhin daran glauben, dass diese beiden Linien begrenzend sind, am Montag die untere bei 12.794 und die obere im Bereich 12.938, genau natürlich im M5-Arbeitschart, den es täglich im Laser-Stream und auch im Premium-Block zum Handelsbeginn gibt und der täglich abgedatet wird. Aber das ist natürlich eine gewisse Strecke, so in diesem Bereich 12.790. Ob er die 400 Punkte nun euphorisch am Montag zurücklegen kann, weiß ich nicht, aber es ist weiterhin auf diese Linien zu achten. So, what next? Der Tageschart im DAX, den haben wir uns letzte Woche auch im Ausblick angeschaut, hier in der KW 31. Da war die 12.850 wichtig und wir haben uns hier dieses Golden Cross angeguckt, was durch dieses Gap Down eigentlich das Gegenteil dessen tat, was so ein Golden Cross tun soll. Aber die Linien laufen immer zeitverzögert, 200 Tage Durchschnitt, 50 Tage Durchschnitt. Insofern war das nicht so überraschend. Und wenn wir uns hier im Tageschart mal das Resultat angucken, ich hatte im letzten Ausblick, wer es nicht glaubt, einfach mal zurückscrollen, ich hatte hier diese blaue Box gezogen als Konsolidierungsmarke nach der ersten, das ist ja eine A, B, C Bewegung gewesen und vom Hoch 11.235 hier gemacht am 30.04. zum Tief am 14.05. bei 10.160 wurden also 1075 Punkte verloren. Und ich habe die Box jetzt mal hier ran gehängt und zwar an das Hoch 13.314 zum Tief und das sind 1061 Punkte. Nun liegen zwischen 1061 und 1075 Punkten zumindest mal im Tageschart, wenn wir uns hier die Strecke von 8.255 nach 13.314 angucken, da ist das nichts. Die sind also gleich hoch. Nicht mathematisch, aber in diesem Tageschart können wir auf die paar Pünktchen verzichten. Das bedeutet, weil wir ja auch so schön zumindest mal temporär gesteuerte Märkte haben, bedeutet das, dass wir hier irgendwo in diesen Bereichen Boden finden könnten. Der könnte dann auch versuchen, wieder nach oben zu laufen und rein theoretisch könnte es sogar passieren, ich will das nur erwähnen als Möglichkeit, könnte es auch passieren, dass hier an das Tief eine weitere Box angesetzt wird und wir dann tatsächlich diesen Bereich hier durchbrechen. Sehe ich nicht, jedenfalls nicht in dieser Vehemenz. Aber auf dem Zettel haben muss man das, denn dieses Tief hat schon eine gewisse Bedeutung, wenngleich mir irgendwie hier so der Aufsetzer auf die 200 SMA oder der Test der 200 SMA fehlt, 12.191 hier am rechten Rand zu sehen. Aber das müssen wir abwarten. Vielleicht kriegen wir am Montag nochmal einen Schubs runter und dippen dort auf und laufen nach oben. Das wird auch davon abhängen, wie sich der Move von 20 bis 22 Uhr in den USA am Montag darstellt, die übrigens nachbörslich von Fitch abgewertet wurden. Und zwar ist das US-Credit-Rating von AAA beibehalten worden, aber der Ausblick wurde von stabil auf negativ gesenkt. Das wird sicherlich auch noch einen gewissen Einfluss auf den Euro-US-Dollar-Kurs haben. Ja, dann können wir damit gleich mal anfangen. Der Euro-US-Dollar, den habe ich in der letzten Woche natürlich auch angesprochen. Und wir haben, nachdem dieses symmetrische Dreieck sich mit den Zielen 1.12.6 und 1.14.6 hervorragend erfüllt hat, wir haben hier oben auf die 1.14.3 angesetzt, war eben die Frage, wird diese Cup and Handle mit Nackenlinie 1.14.3 ihre Ziele erreichen? Das ist das statistische Ziel bei 1.19 und das 100% Ziel bei 1.22. Schauen wir rein und dann sehen wir, wir haben mehr oder weniger pipgenau das Cup and Handle, das statistische Cup and Handle Ziel bei 1.19 angelaufen und dann ein wenig konsolidiert. Das reicht. Das ist die Pflicht, die diese Figur zu erfüllen hatte. Ob die Kür noch kommt, also 1.22 und möglicherweise höher, müssen wir abwarten. Wir haben ja im Wochenchart, glaube ich, ist das, nein, im Monatschart, sorry, haben wir ja noch dieses gewaltige symmetrische Dreieck, das wir von 1, 2, 3, 4 zur 5 zählen können und was jetzt hier zumindest mal andeutet, ausbrechen zu wollen. Also, wenn das dann tatsächlich ausbrechen will, wird es ein gigantischer Move. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier nochmal rücklaufen und uns jetzt im frischen Monat im Bereich der 1.15 von dieser oberen Trendlinie verabschieden. Das ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass wir hier nochmal reinlaufen. Also, da müssen wir wirklich warten, bis wir einen Monatsschluss haben, der dann möglicherweise auch diese Kerzen so im Bereich der 1.25 herausnimmt. Wenn die herausgenommen werden, dann können wir uns anschnallen, denn die Ziele sind dramatisch. Ja, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. So, nachdem wir den abgefrühstückt haben, heute geht es mal querbeet, weil ich einfach mal einen Rückblick auf die letzte Woche machen wollte. Das wird ja auch nicht so oft gemacht, dass Leute mal schauen, was aus ihren Gedanken wurde. Das hier ist Bitcoin. Wir haben uns Bitcoin in der, nicht nur in der KW 31, dieses Descending Broadening Wedge, schauen wir uns ja schon seit einer ganzen Weile an. und die Frage war eben einfach, läuft das Ding hoch zur Dreieckslinie der Woche bei 11.190? Angeguckt haben wir uns das so im Bereich um die 9.000. Und das ist eine wichtige Geschichte, wenn dieses Dreieck aus der Woche überschritten wird, dann ist das nächste Ziel die 1 bei 13.852. Schauen wir mal Bitcoin an im Tageschart und dann sehen wir, dieses Ziel, Dreieck der Woche wurde erreicht. Da haben wir einen wunderschönen Montag gehabt, der hat es kräftig gebracht. Und wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, im logarithmischen Chart übrigens, ansonsten sieht man das nicht, dann sehen wir auch, dass diese Dreieckslinie ganz offensichtlich vom Markt erkannt wurde. Wir haben einen Durchstoß gehabt, hier ein Tief, hier haben wir ein Tief gehabt, hier nochmal, und der Freitag war eigentlich auch ganz eindeutig. Das heißt, die 10.980 oder meinetwegen auch die Runden 11.000 sind nun wichtig. Ansonsten gibt es da im Moment nichts weiter zu vermelden, außer, dass wenn wir uns das im logarithmischen Wochenchart anschauen, wir ein wunderbares symmetrisches Dreieck haben, dessen Ziele ich in dieser Woche im Blog auch nochmal ausrechnen und posten werde. Das ist nämlich ebenfalls gewaltig, denn wie wir sehen, die 1 bei 19.760 und die 2 bei 3.136 und daraus errechnen sich die Ziele dieses symmetrischen Dreiecks. Das ist also eine ganz spannende Geschichte, da könnte etwas Größeres anstehen, aber das sage ich ja schon seit ein paar Wochen. Silber. Eine ähnliche Geschichte in der letzten Woche gezeigt. Wir hatten hier ja eine Cup and Handle, die hatte ihr Ziel bei 18.66 und bei 20.39. Und ein weiteres Ziel aus diesem blauen Descending Broadening Wedge heraus, ebenfalls bis 5 zählbar, war der Bereich 2.500, äh Quatsch, 25.44 und 26.90. Und ich habe die letzten beiden Wochen gesagt, in diesem Bereich hier, 161er Ausdehnung, also 24.79 bis 25.44, das ist ein kritischer Bereich, dort könnte eine Konsolidierung einsetzen. So, schauen wir uns Silber an und dann sehen wir, dass das ganz hervorragend geklappt hat. Silber hat, äh, den Zielbereich erreicht, noch nicht das 100% Ziel 26.90, aber wir sind hier an die 161er gelaufen. Wir haben dann am Dienstag einen schönen Durchstich gehabt, sind also, ja, perfekt in diese Zielzone reingelaufen. Dann haben wir hier nochmal an der 161er eins auf den Kopf gekriegt. Ja, und der Donnerstag und der Freitag ähm, halten sich in wenig respektvollem Abstand zur 161er Marke, aber dieser rote Bereich ist nun für mich Mob, also Make-or-Break-Bereich, denn wenn der nicht wieder erobert und per Schlusskurs überschritten wird, könnt ihr hier eine temporäre Konsolidierung einsetzen. Und eins muss ich nochmal, ähm, sagen, also ich hab in der letzten Woche mal ähm, einen Silberausblick gesehen, wo sich jemand unglaublich lobte, dass er vor zwei Monaten behauptet hat, Silber würde steigen. Ich hab mir die Videos angeguckt. Also, keine Ziele, keine Marken, keine Figuren und dann irgendwie, ich weiß nicht, 20.000 Abonnenten, die jubeln, weil jemand vor zwei Monaten gesagt hat, Silber wird steigen. Also, äh, da hab ich irgendwie, da, das, das, das verstehe ich gar nicht. Also, ich verstehe sowieso nicht. Ähm, ich gucke mir prinzipiell, ähm, auch Ausblicke von anderen Leuten an. Da sind auch viele gute bei, die ich, die schätze. Aber ich mache nach fünf Minuten aus, wenn ich irgendjemanden sehe, der irgendwelche Horizontalmarken, also sowas, in seine Charts einbaut, die nicht beschriftet sind, wo ich überhaupt gar nicht weiß, woher kommen diese Marken und die auch in der Historie nicht nachvollziehen kann und dann irgendwie der Mauszeiger hin und her geht und das könnte hier und da und wenn nicht. Also, wichtig ist doch einfach, wenn ich etwas lernen und verstehen will, wenn ich hinter meinem Trade stehen will und wenn ich auch wissen will, wo muss ich vorsichtig werden, wo nehme ich Teilgewinne, wo ist eine Marke überschritten, die wichtig ist. Also zum Beispiel in diesem Fall hier die 1965, die 100% Ausdehnung oder eben dieser rote Bereich. Ja, also, da passieren manchmal Sachen so, die sind für mich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Aber sei es drum, ich bin ja nicht hier, um mich über andere aufzuregen, obwohl ich das manchmal tue. So, dann haben wir uns in der letzten Woche MAD angeguckt. Müssen wir auch noch mal eine kleine Rückschau machen. Auch dort habe ich eine Cup and Handle gezeigt und die sich verlängerte. Ich habe in der letzten Woche gesagt, hier war sie fertig. Da hatten wir einen perfekten Henkel an die Tasse gebaut und dann, wie so oft, noch einmal runter, das Zief rausnehmen, also die letzten oder die Jungbullen abschütteln und dann mit Karacho raus. Das Ziel dieser Cup and Handle waren 72,95 und 81,50. So, AMD, wo bist du? Dort. Ja, schöne Sache, Zielzone erreicht, angelaufen. Die 161er Ausdehnung überwunden und insofern Vorsicht an der 81,50 bis 82, was nicht heißt Shorten. Hier sieht noch überhaupt nicht Short aus, aber dort könnte möglicherweise auch vorher noch ein Überschuss, wie das denn so gerne passiert, noch die letzten, oh Gott, ich muss da schnell rein, es läuft mir sonst weg und dann gibt es auf den Kopf. Ich würde hier, wenn ich in AMD wäre, würde ich absichern, sobald dieser Bereich erreicht ist und zur Unterseite auch eine ganz klare Markenstruktur, die 72,95 als softes Ziel, weil das ist ja nichts weiter als eine Chartfigur. Fibonacci hat für mich immer höhere Gewichtung, das heißt, der Bereich um 73, die 161er Ausdehnung ist wichtig. Die Aktie darf da nochmal rauf und ein bisschen Bodenform, um dann vielleicht weiter anzusteigen, aber irgendwie so auf Tagesschluss unter 73 würde mich sehr skeptisch machen. Haben wir noch was? Kleine Sekunde. Haben wir SAP. SAP ist ja wunderbar in einer ABC-Bewegung angestiegen. Es hat sich eine Wolfowave gebildet, die auch tatsächlich valide ist, denn sie hat die fünf Überschritten. Wir haben die Ziellinie und hier gab und gibt es eben ein riesiges Rumgegeppe und in der letzten Woche habe ich gezeigt die größte Höhe dieser roten Überschusszone. Eine Wolfowave macht ja gerne nach der fünf einen Überschuss, um dann erst umzukehren bei 123,28. Da hat es dann drei Tage gegeben und am Freitag, letzten Freitag, als wir uns das anschauten, fiel es wieder in diese rote Überschusszone zurück. Was hat SAP getan? Das ist hier der Freitag. Ist auch wunderschön, muss man sich mal anschauen und deswegen glaube ich, dass diese Wolfowave vom Markt erkannt wurde oder von den Algorithmen. Wir sind hier tatsächlich am Montag drüber gepoppt, über diese Überschusszone, haben im Tief genau diese Linie der Überschusszone touchiert und sind dann am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nach unten gelaufen. Also, ich behaupte weiterhin nicht, dass die Ziellinie angelaufen wird. Mal kurz gucken, am Montag wäre das der Bereich 109, das passt also noch. In der kommenden Woche, zumindest mal am Montag auf den Bereich 130 achten. Das ist nicht mehr so weit weg, das sind knapp 4 Euro. 130 bis, gehen wir mal auf den nächsten Freitag, bis 130,76, also 130 bis 130,76, ganz überschaubarer Rahmen. Darauf aufpassen, diese Gefahr einer Wolfowave, dass es durchrutscht, die ist erst dann vorbei, wenn die Aktie am 11. August oberhalb der oberen Trendlinie dieser Keilformation handelt, denn dann wird sie technisch ungültig. Sollte SAP bis dahin unter der oberen oder gar unter der unteren Trendlinie notieren, dann muss man vorsichtig sein. Mit Longs jedenfalls. So, irgendetwas war noch? Amazon. Können wir auch mal einen Blick drauf werfen? Amazon hat sich ja aus diesem steigenden Dreieck entwickelt, hat diese Zielzone rasiert, drüber weggeschossen, aber ich sagte eben, die 3.250 Dollar ist wichtig, die 261er Ausdehnung. Wir sind da zwar einmal drüber geschossen, aber so wirklich überzeugend sah das nicht aus. Also schauen wir uns Amazon auch noch mal kurz an und wir sehen, die Situation ist identisch. Das ist ein Wochenchart in der letzten Woche, kurz drüber, aber wieder runter und das gleiche passierte hier auch nicht punktgenau, das können wir auch nicht erwarten, 3.272, also 20 Dollar drüber, aber die 3.250 bleibt auch in der kommenden Woche Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, eigentlich erst mit Wochenschluss über 3.250 sind wir von der 261er befreit und könnten dann zur 300er oder gar, ich weiß nicht, die habe ich noch nicht eingezeichnet, die 423er Extension laufen oder eine neue Zählung beginnen. Das muss ich mal schauen, aber diese Marke ist in der kommenden Woche wichtig. So, noch irgendwas von der letzten Woche? Jo, Daimler. Kleine Sekunde, da ist sie. Ne, ich habe das hier, ich habe zu viele Monitore. So, jetzt müsste es aber klappen. Da haben wir eine Bullish Wolf Wave am Start und noch mal, nicht 100% dieser Wolf Waves, egal ob Bärisch oder Bullish, laufen ihr Ziel an. Dazu sind sie nicht verpflichtet. Aber man muss sie beachten, weil sie es ab und zu tun und wenn sie es tun, machen sie es in der Regel ab einem gewissen Punkt mit einer enormen Dynamik. Wir hatten hier in dieser Woche, das ist ja ein Wochenchart gewesen, hatten wir den ersten Anlauf an die untere Keiltrendlinie und in der abgelaufenen Woche auch schlossen, aber unterhalb. Und schauen wir uns Daimler noch kurz an. Das ist jetzt der Tageschart, da schauen wir gleich drauf. Aber hier haben wir die Wolf Wave, ich muss jetzt mal kurz die gleitenden Durchschnitte herausnehmen, die brauchen wir nämlich aktuell nicht. Und dann sehen wir, dass wir in der abgelaufenen Woche, das ist ja ein Wochenchart, erneut an diese 4035 gelaufen sind und es gab auf den Kopf. Also, das ist eine ist und wird eine spannende Geschichte. Dieser Rahmen, in dem sich die Wolf Wave bewegt, der engt sich ja wöchentlich weiter ein und endet im November. Und sofern Daimler es bis November schafft, die untere und die obere Keiltrendlinie zu überwinden, muss es nicht bedeuten, dass wir in den Bereich 64 laufen. Es könnte aber passieren, weil es eben eine Wolf Wave ist, die immer für Überraschung gut ist. Wir müssen jetzt mal schauen, um wie weit das hier geht. Eine ziemlich klare Sache ist, wenn wir uns das vom Hoch 76 runter zum Tief 21 anschauen, dann liegt die Mindesterholung bei 3410. Da sind wir hier drunter gegappt und hier sind wir drüber gegappt. Das heißt, 3410 ist wichtig und das ist zwar irgendwo 3 Dollar schieß mich tot vom aktuellen Kurs entfernt, aber darauf ist zu achten, wenn Daimler hier erneut drunter fällt, dann können wir möglicherweise diese Wolf Wave abhaken. Und falls es in der kommenden Woche Erholung gibt, ich versuche das mal einigermaßen genau zu machen, 4025, hier steht noch 35, also 10 Cent weniger, die fällt ja auch nicht stark und die obere Trendlinie in der kommenden Woche im Bereich 43, 10, also 20 Cent niedriger als in der Vorwoche eingezeichnet. Ja und ein verifizierter Ausbruch ist das noch nicht über der 42, 20, aber die 38er Erholung ist natürlich auch wichtig. Ich sage mal, wenn wir hier über diesen Bereich rüberlaufen, also über die 44, 90, über die 45, dann würde ich so einem Ausbruch Kredit zollen und könnte mir dann eben vorstellen, dass wir uns zumindest mal an das 50er oder auch 61er Retracement vorarbeiten. Zielerreichung der Wolf Wave wäre dann Bonus. Was wir aber im eben schon gezeigten Tageschart sehen können, wenn wir die letzte Strecke nehmen, also von 54 runter nach 21, hier ist die obere Trendlinie aus dem, Quatsch, die untere Trendlinie des Wolf Keils, dann sehen wir Spike drüber im Tageschart, Spike drüber und dann ging es auch gleich wieder runter. 33, 80 aus Tagessicht, da würde ich darauf achten, die ist wichtig, denn diese Fibu Farbzone, wie ich sie immer nenne, das ist so der Entscheidungsspielraum, wo die Kurse dann hin und her eiern können. Oberhalb der 61er Erholung, 41 sieht das freundlicher aus und der 33, 80 eben nicht mehr. So, ja, das war also insofern gar nicht mal so schlecht angedacht in der letzten Woche. Intel wollte ich noch kurz zeigen, haben wir in dieser Woche auf Wunsch eines Abonnenten gechartet, wie viele, viele andere Aktien. Das ist, das gehört dazu, also im Laser-Stream als auch im Premium, wenn jemand eine Aktie gechartet haben will und ich die Zeit habe, dann mache ich das in der Regel zügig und so kam dann eben auch die Frage auf, was passiert denn eigentlich mit Intel. Weiß ich natürlich nicht, weil ich kein Hellseher bin, aber was ich sehen kann, ist, dass wir zumindest mal mit Stand am Freitag ein mögliches symmetrisches Dreieck im Chart haben, im Tageschart, dass wir eben von 1, 2, 3, 2, 4 zählen können. Die 4, sofern es noch ein tieferes Tief gibt, die darf ruhig noch ein kleines Stück tiefer laufen, das würde diesem symmetrischen Dreieck nicht so viel tun, aber, ich sage mal, falls das jetzt irgendwo ausreichend war, dann kann sich das über die Zeit in Richtung der 5 entwickeln. Wenn ich das mal so in einem harmonischen Bogen legen würde, würde ich sagen, 63 ungefähr. Wichtig, und das erschließt sich auf den ersten Blick, ist die 56 Dollar Marke. Also, das kann man mal im Auge behalten, wenn Intel kein deutlich tieferes Tief im Tageschart macht und sich langsam auf den Weg zur Oberseite begibt, dann könnte daraus ein bullischer Move werden und an der 5 wird sich dann eben entscheiden, ob Intel die Höhe 1, also mal im Bereich 69 zum Tief der 2 bei 43. Das wird ja mit gewissen Prozentzahlen multipliziert, also die statistischen Ziele, da muss man schauen, ob es nach oben oder gegebenenfalls auch wieder nach unten herausläuft. Aber das sind immer ganz interessante Figuren, die letztlich die, die solche Figuren nicht kennen oder denen sie nicht gezeigt werden, in den Wahnsinn treiben, weil es in symmetrischen Dreiecken, egal ob das im Minutenchart M5 stattfindet oder im Monatschart, es ist einfach eine Waschmaschine, die die Leute langsam zur Verzweiflung treibt, weil es gibt keinen deutlichen Ausbruch nach oben und auch nicht nach unten. Das ist die Natur der Dinge, denn die meisten werden vielfach herausgekegelt und die, die solche Formationen sehen, kennen, die riskieren schon mal einen Long und setzen dann unter so einem tiefen Stopp, weil dann wäre kein symmetrisches Dreieck mehr möglich, wenn wir unten eine waagerechte Linie hätten und hoffen eben über die Zeit auf einen Anstieg nach oben. So, DAX wollte ich noch mal kurz den Tageschart zeigen, den Diamanten, den möglichen Diamanten. Diese angedachte Cup-and-Handle-Formation ist vom Tisch. Das war ja eine Option, die wir, also die mindestens mal diesen Diamanten zum Invaliden erklärt hätte, aber wir sind wieder unter die Nackenlinie 12.850 gelaufen und diese 12.850 20 Punkte Tiefe haben wir diese vier fast identischen Schlusskurse gehabt, die ich zu Beginn gezeigt habe. Das heißt, diese Cup-and-Handle-Formation war legitim, denn sie war da, aber sie hat sich nicht erfüllt. So, was bleibt jetzt wichtig? Die 12.850 mit Sicherheit und nun müssen wir mal schauen, was aus diesen drei einsamen Kerzen hier oben wird. DAX hat jetzt die Möglichkeit, wieder nach oben zu laufen oder er läuft beispielsweise an die 12.850 kriegt dort erneut auf den Kopf und läuft dann wieder gen Süden weiter und da ist viel, viel, viel Luft, wenn es einen Absturz gibt. Sofern wir an diese mögliche Diamantlinie weiter glauben und sagen, das war eben ein kapitaler Fehlausbruch, der mit einem Gap-Down und sinkenden Kursen begleitet wird, wurde am Montag 13.060, also im Bereich 13.060 und wenn wir mal bis zum Freitag laufen, 13.038, also ein ganz überschaubarer Bereich oder andersherum geht es deutlich über die 13.000 in der kommenden Woche. ist beim aktuellen Stand nicht unbedingt zu erwarten, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Wir haben ja oft genug gesehen, was auch nach kleineren Korrekturen, so wie wir sie hier gehabt haben, dann passiert, wenn gewisse Potenten eingreifen in den Markt. Außerdem haben wir Monatsanfang, da muss ein bisschen Geld investiert werden. Das müssen wir abwarten, aber dieser Bereich, ich sage mal, über 13.000, da werden wir den Diamanten möglicherweise dann vergessen können und ansonsten, das habe ich auch gesagt, es ist für mich noch kein Diamant, ich brauche dafür irgendwann, das kann in der kommenden Woche sein oder das kann auch in vier Wochen sein, ich brauche eine Berührung auf der unteren Trendlinie und die liegt im Moment natürlich extrem tief im Bereich 10.100 und 2.200 Punkte ist möglich, aber nicht zu erwarten, aber ich sage mal, so harmonisch betrachtet, wenn sich das irgendwo so in diesem Bereich abspielt, bei der 11.000, das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber nichts zum Traden, nur was zum Beobachten, denn letztlich ist so ein Diamant erst interessant, wenn es dann tatsächlich hier in das letzte Drittel der rechten Seite geht und dann eben oben oder unten ausgebrochen wird, weil da ist dann richtig Strecke zu erwarten. 30 Minuten Chart müssen wir uns noch kurz angucken, das ist das Hoch, 13.314 gerundet, es waren 13.313,8 oder 9,9, keine Ahnung. So, was ist in der kommenden Woche wichtig? Wir haben hier die wichtige 76.4 Erholung der Abwärtsstrecke 8.255 zum Hoch 13.314, das heißt, das ist eine ganz gewichtige Marke aus dem Tageschart. Hier unten ist das Tief der letzten Woche, 12.253, wir haben hier die 200 SMA, 12.191 und wir haben hier zumindest mal Stand Montag, die fällt ja, die Wolfe-Ziellinie aus dem Stundenchart H4 bei 12.159 bedeutet, wenn DAX hier nochmal ein Dip nach unten macht, dann ist das hier eine potenzielle Ziel- und Bounce-Zone. Es kann also durchaus sein, dass er hier aufsetzt, macht die 200 SMA, macht die Wolfe-Ziellinie und schießt wieder nach oben. Wenn er der Meinung ist, dass die 12.253 reicht, die 200 SMA zumindest aktuell nicht angelaufen werden muss und auch die Wolfe-Wave nicht zum finalen Punkt kommt, dann ist auf diesen Bereich zu achten, denn das hat sich am Freitag schon gezeigt, dass der wichtig ist. Die 12.503 hier am Donnerstag gemacht, ist die 23.6 Mindesterholung, ist also auf so eine Abwärtsstrecke die kleinsten mögliche Fibonacci Erholung, die es gibt. Und von der 12.503 zur wichtigen 76.4 Erholung aus dem Tageschart bei 12.488 ist es ja nicht weit. Das heißt, diese grüne Zone, und das male ich nicht hier ein, sondern dieser Chart ist bereits am Donnerstag oder am Freitag im Blog gepostet worden. Dieser enge Bereich, auf den ist zu achten. Warum? Wir sind am Freitag hochgelaufen und haben hier trefflich uns den Schädel gestoßen. Das heißt, nicht wir, sondern der DAX. Und damit ist diese Zone für mich validiert. Und das heißt, 12.503 12.488, das ist wichtig. Geht es drüber, kann diese Erholung sich zur 38er Erholung, zur 50er oder auch zur 61er bewegen. Das müssen wir abwarten. Aber das hier, 12.488 bis 12.253, das ist Spielfeld. Da kann DAX machen, was er will. Er kann sein Näschen hier mal kurz reinhalten und dann doch nicht die 200 SMA machen. Der kann hier mal überschießen mit 1, 2, 3, M30 Kerzen und dann doch wieder auf den Kopf kriegen. Also da ist alles möglich. Aber wichtig ist, dass man die Marken kennt. Was habe ich noch? Gold. Im Monatschart die inverse Schulterkopf-Schulterformation mit Nackenlinie 1379 wurde überschritten. Die Ziele wurden abgearbeitet und das Allzeithoch im Bereich 1920 überschritten. Das ist jetzt auf Monatssicht und solange das bleibt, also solange 1921 überschritten bleibt, werden 2, 1, 27, 2, 2, 255 und 2, 4, 61 Ziele. Aber diese inverse Schulterkopf-Schulter, die habe ich ja rechtzeitig gezeigt. Also von rund 3180 nach 1980. Das sind fette Gewinne. Jedenfalls wer im Gold drin war. Dow Jones kurz in den 5-Minuten-Chart. Ich habe ja diese Zonen hier als wichtig gezeigt den letzten Ausblicken hier oben eine Boule-Beer-Zone, die zum Ausbruch in deutlich höhere Gefilde führen kann oder Bruch der unteren Boule-Beer-Zone, das wichtige 61 Fibo seit tief. In der Mitte hatten wir eben diese Zone aus 200 SMA aus dem Tageschart 26 236 und eine gewichtige Marke aus der Vergangenheit, die 25.980 und die ist psychologisch wichtig, denn es war das hoch aus Dezember 2018, also bevor die Kiste abrauschte. Da hat er hier am Donnerstag einen Punktaufsetzer gemacht und am Freitag hat er dort die Biege genommen und dann kamen eben diese letzten zwei Stunden, so ab 20 Uhr ging das los, hier 20.10 Uhr, wo er dann mal so im Bereich 26.080 hoch zog bis 26.430 und dass diese Marke ihre Wichtigkeit behält, zeigt sich auch daran, dass wir da schon mal aufgesetzt haben. Also oberhalb 25.980 wenn sich das fortsetzt am Montag Dow Jones mit Erholungstendenz wenn er dann diese Erholungstendenz nutzt, schließt er das Gap vom 29. Juli bei 26.539 und vom 23. bei 26.652 und dann muss er aber auch schon wieder Farbe bekennen, denn an dieser Zone ist er mehrfach gescheitert. Das ist einmal die 261. Ausdehnung aus dem Monatschart 26.698 und die gewichtige 76.4 Fibonacci Marke der Strecke Allzeithoch zum jüngsten Tief 26.888 und oberhalb kann er dann sich mit anderen Marken auseinandersetzen aber Blau ist King in der nächsten Woche sofern Blau nicht wieder unterschritten wird könnte es nach oben laufen und ob diese 350 oder 380 Punkte am Freitag jetzt am Montag Bedeutung haben werden wir sehen theoretisch wenn es dann nach oben geht müssen wir uns mit dieser Zone wieder auseinandersetzen im Tageschart sehen wir das Allzeithoch 29.568 zum Tief am 23. März gemacht und wir sehen hier eben die eben gezeichnete 26.888 76er Fibon wichtig da ist er hier drüber gecapt hat vier Tage scharmützelt hat aber an dieser Trendlinie seit 2018 die ich ja mehrfach gezeigt habe hat er sich den Schädel gestoßen und ist dann per Gap wieder drunter gefallen und auch gleich unter die grüne 200 sma und hier ist das hoch aus Dezember 25 89 ein Aufsetzer gezeigt als ich eben nach links scrollte zweiter Aufsetzer fast dritter Aufsetzer und wir haben die 200 sma und die rote 50 sma eng beieinander das ist also ein Entscheidungsbereich wenn Dow Jones die 25 89 verlieren sollte würde er auch unter die 200 sma laufen und unter die 50 sma und das wäre bärisch und nichts oder nichts desto trotz sondern genau deshalb hat er sich wenn wir das mal aufziehen hier am Donnerstag mit seinem Popo Suda über die 200 sma gesetzt und hat das gleiche am Freitag gemacht als er hier schon unter der 50 sma war und dann in den letzten zwei Stunden hochgezogen wurde aber es bleibt dabei sage ich auch seit zwei Wochen drei Wochen diese Zone 261er Monatsausdehnung 26 698 das 76 FIBO 26 888 und am Montag 27 615 das habe ich richtig geschrieben die Trendlinie seit 2018 solange er sich durch diese blaue Zone nicht nach oben kämpft und freischwimmt und wenn er das tut hier hat es ja auf den Kopf gegeben wenn er das tut dann macht er aus seiner Zeit hoch da bin ich mir sicher also der wird dann vielleicht nochmal wenn er hier tatsächlich drüber hüpft wird er nochmal zurücklaufen und ein bisschen Rücklauf machen aber dann arbeitet er sich da durch solange die nicht überschritten ist besteht Absturzgefahr und das eben auch besonders unter 25.980 4 Stunden Chart habe ich auch noch was ein symmetrisches Dreieck und dieses symmetrische Dreieck hat eine Höhe von 2600 Punkten so zurück in den Tageschart obere Trendlinie untere Trendlinie bedeutet wenn die 5 gemacht wird wenn es über 1,2,3 Tage geht im Bereich 26.935 26.935 dann würde er so über die 76.4 anlaufen hätte dann eben die 27.615 noch vor sich aber was mal klar ist wenn er das schaffen sollte die 5 zu machen und das Ding nach oben bullisch ausbricht dann haben wir als 100% Ziel statistisches Ziel rechne ich noch aus im Block für Montag dann haben wir klare Zielmarken zur Oberseite bricht er zur Unterseite aus haben wir eben auch in der Spitze wenn es dicke kommt 2600 Punkte zur Unterseite zu erwarten und das wird letztlich darüber entscheiden ob der Bursche über seine blaue Zone hüpft und zu seinem Allzeithoch oder ob er unter ich flippe mal hin und her damit das klar wird unter das Hoch aus Dezember fällt 2589 denn hier hat er seine 4 gemacht in dem Dreieck oder ob er dort drunter fällt und dann mal wenn es dann ganz dicke kommt 2600 Punkte zur Unterseite läuft oder eben zumindest mal den statistischen Move macht und er würde mit Sicherheit mal so in diesen Bereich hier fallen 24,195 gut ja darauf kann man achten die obere Trendlinie im zumindest mal die ersten 4 Handelsstunden am Montag 26,59 und die untere am Montag bei 26,040 haben wir noch was ja und zwar schauen wir uns mal kurz die Nasdaq an im logarithmischen Monatschart habe ich ja in der letzten Woche schon gezeigt wenn wir uns diese Figur auf Punktebasis angucken gibt es sie gar nicht und sie sieht grotten hässlich aus also schauen wir sie uns logarithmisch an das machen die großen Jungs die mit viel viel Geld unterwegs sind nämlich auch so und dann sehen wir dieses Gebilde hier ja es bleibt dabei diese mögliche obere Trendlinie ich habe ja einfach nur die untere gedoppelt und eben daraus einen Kanal gemacht die lag bei 11.000 und überrunden 11.000 und die gewichtige 261er Ausdehnung dieser Strecke also platzen.com Blase zum Tief im Jahr 2002 bei 795 und dann der Anstieg das heißt 11.323 als 261er Ausdehnung ist wichtig und da wir Monatswechsel haben wird diese obere Trendlinie im Monat August bei 11.100 verlaufen und damit haben wir ein klasse Ziel Entscheidungskorridor zwischen 11.100 und 11.323 wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen dann hat der liebe Nasdaq das ganz toll gemacht angedockt und reagiert im logarithmischen Chart sehen ja die Kerzenausdehnung manchmal nicht zu groß aus weil sie eben prozentual berechnet werden aber wir sind ja hier irgendwie so von 12.068 dann doch mal runtergelaufen auf 10.926 so und im kommenden Monat sind wir eben bei der glatten 11.100 da ist sie und etwas oberhalb das ist dieser Entscheidungsraum der jetzt zeigen wird ob Nasdaq weiter den wilden Watzmann spielt und in unbekannte Höhen entfleucht oder ob da vielleicht doch noch mal etwas passiert ansonsten auf Stunden und Tagesbasis kann man nicht so viel sagen aber wir sehen hier 1 2 3 4 blitzfaubere bullische Monate und weil die in so einer Ausdehnung laufen wir haben ja auch hier schon 4 5 6 weiße Monate gesehen das ist ja nichts neues für die Nasdaq aber in dieser Ausdehnung ist das doch schon etwas fraglich ob es gelingt da eine fünfte lange Kerze dran zu hängen denn dann würden wir doch schon in dem Bereich 11.8 laufen also noch mal irgendwo so 900 bis 1000 Punkte zulegen müssen wir abwarten wir haben eine ähnliche Situation auch da zeige ich nur das große Bild S und P denn auch der das hatte ich ja vor 3 oder 4 Wochen gezeigt hat einen möglichen Diamanten am Top gebildet und seitdem ich das das erste Mal gezeigt habe das ist glaube ich diese Woche gewesen Kalenderwoche 29 oder 28 wer es genau wissen will muss das auf YouTube mal nachschauen wir haben zumindest mal mit der letzten Woche aber H genau da oben angesetzt und ich verspreche und schwöre ich habe hier auch nicht eine Linie bewegt also das hat gut geklappt und nun müssen wir mal schauen das ist eine ähnliche Situation wie im Nasdaq auch wenn mit ein paar weniger Punkten nun müssen wir mal schauen was in der kommenden Woche passiert denn da liegt diese Linie bei 3284 oder sagen wir mal 3290 und gucken wir mal also wie gesagt diese Diamanten sind nicht zum Traden bitte nicht jetzt hier oh da ist ja eine Linie ich gehe short erfolgt und die hatten wir ja in der vorvergangenen Woche aber die ist in dieser Woche eben nicht zuletzt durch diesen Ergebnisreigen der Fangman Stocks und dem Gepusche ab 20 Uhr am Freitag zu verdanken man muss jetzt eben einfach sehen bekommt das jetzt wirklich Drive und geht oben heraus oder wird die nächste Woche anders als von vielen erwartet ja damit bin ich im Grunde auch durch was wollte ich noch sagen ja wer Lust hat mal bei Projekt 30 reinzuschauen da gibt es dann eben jeden Abend die Ausblicke die ich oder den Ausblick zum nächsten Tag in der Regel umfest der DAX und Dow Jones manchmal auch Nasdaq oder S&P je nachdem ob was zu vermelden ist den gibt es jeden Abend zwischen 19 und spätestens 20 Uhr 30 21 Uhr je nachdem was für ein Marktgeschehen wir haben und der Leser Stream da gibt es auch einen Blog wo sich die User austauschen und ihre Charts posten können und ich poste dort Updates und der kostet knapp 18 Euro im Monat ist also nicht allzu viel Geld und der Premium Blog der ein paar technische Helferlein hat wie AirTracks und demnächst auch noch ein paar andere technische Gimmicks der kostet 39 Euro im Monat und weil ich viele Mailanfragen bekomme ich biete keine sogenannten Probewochen an eine Woche oder einen Monat umsonst schauen das mache ich einfach deshalb wer meine Ausblicke mag und wer damit klarkommt der wird sich auch im Blog wohlfühlen und außerdem ist es eben einfach so dass dann sehr viele Leute von so einem Gratis Angebot Gebrauch machen würden und das bringt in der Regel Unruhe in dem Blog wenn am Montag nach dem Ausblick 20 Leute ihre freie Woche holen und dann hunderte von Fragen stellen und insofern denke ich einfach wenn man einen kleinen Obolus bezahlt dann hat man erstens einen Monat Zeit und kann sich ein bisschen einlesen und sich mit den Leuten vertraut machen und auch Freunde gewinnen oder gute Bekannte und ja insofern bitte solche Anfragen nicht mehr stellen bieten wir nicht an auf der Homepage und mache ich nicht aus diesen genannten Gründen nicht aus Boshaftigkeit okay ich wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende ich werde jetzt raus mit Hund und ein paar Freunden und mir einen schönen Tag machen und ich wünsche uns allen eine interessante nächste Woche mit ein bisschen Abwechslung und ich hoffe dass sich möglichst Montag oder Dienstag entscheidet ob wir einen Aufwärtstrend kriegen oder ob bitte nicht seitwärts da hätte ich überhaupt wenig Lust zu also bis dann und tschüss tschüss